Meine sehr geehrten Freunde, heute mal wieder ein Klassiker, Ome. Freunde, was geht ab? Heute ganz kurzes Intro. Wir sind start auf OmeTV, das wird mal was komplett anderes. Ich bin gehypt, Digger, wallah. Deshalb, wenn euch dieses Video gefällt und ihr habt Spaß dabei gehabt, dass wir mal was anderes gemacht haben, dann lasst jetzt einen Daumen nach oben da und checkt in der Beschreibung den Twitch-Link ab, denn bald geht's los. Deshalb würde ich sagen, wir labern nicht lange rum und fangen an. Ich hab das Kuscheltier auch, aber ein kleinem. Ich kuscheltier. Hä, ist der GroKo im Hinten kein Kuscheltier? Achso, nein, der ist echt. Ist auch geil. WTF? H, W, C. Ich, äh, A, Z, D, äh, ja. Jetzt kommst du nicht mal mit, ne? Hab ich dich ein bisschen eingeschüchtert. Ja, ne, ich, ich bin durch. Ich hab grad acht Schätze hintereinander gesehen. Bin ich der neunte? Du bist süßer. Okay. Digga, das ist doch fake. Schau, wie fake das ist. Junge! Langsam wird's dir zu viel, Digga, langsam wird's dir zu viel. Wie geht's dir? Also mir geht's auf jeden Fall gut. Wie geht's dir? Zwölf. Achso, ja. Young Alpha? Heute ist ein guter Tag. Young Alpha, Digga, nein, 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 nein. Oh nein, ich verwechsel dich gerade, Digga. Ey, ich hab mich so gefreut, ne? Ich feier deine Musik. Nein, 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 nein. Ist so krass, ey. Die macht so Spaß auch zu hören und so. Sie sind nicht mehr zwölf, sie sind über 18. Du, äh, okay, nice. Du verwechselst mich. Bist du nicht Young Alpha? Ich bin, ähm, Digga, ich bin 38. Bist du nicht Young Alpha? Stop, stop, stop. Kulikovic, du hast dich verwechselt. Nein, Mann, du bist doch Young Alpha. Werd nicht wie ich. Werd auch nicht wie Alpha. Werd wie dein Vater, aber nicht so wie solche Leute. Der Anteil ist Young Alpha. Achso. Boah, trainierst du, Bruder? Mhm. Krass, Alter, dann geh mal hin. Oh mein Gott. Weißt du, wer das ist? Nein, Thomas, geh. Nein, das ist fällig. Ey, nein, du spänzst. Ey, geh mal hinten. Ach, ach, da. Bruder, er blinzelt nicht, Mann. Seid ehrlich, aber das war krass, dass ich nicht geblinzelt hab. Bruder, warum chillst du mit Wellstein zu Hause? Ich bin grad gekommen. In mir? Oh, das ist dann wie eine Party da, ey. Oh, du geidstern, Mann. Bruder, sag ehrlich, du hast dich echt roten, ne? Jungs, ich wollte doch nur mit euch chillen, Alter. So auf ein lockeres Bier, so auf locker. Jetzt will ich gar nichts mehr, Alter. Jetzt will ich gar nichts mehr, lass mich in Ruhe. Es wird Zeit, auch mal das Land zu wechseln, ab in die Türkei, Digga. Uh, gib mir meine Hemmshoes. Das ist ein bisschen. Du bist wie kurdisch? No. Yes. Du musst manche Sachen. Hemmshoek bist du? Warum bist du nackt, Junge? Du bist dumm? Du bist nackt. Ey, Bruder, ich kenn dich. Ey, ich kenn dich auch, Bruder. Du machst richtig geile Musik, Alter. Ja? Ja, Mann. Boah, ey, das, das, oder, wenn ich, nee. Oh mein Gott! Halt deine, halt deine Fresse. Warum soll ich meine Fresse halten, Digga? Ich hab gar nicht mal was gesagt. Oh, irgendwas, irgendwas Stabiles, irgendwas Stabiles. Wo ist Amerika? Wo ist Amerika? Ah, Meri, warum ist Amerika nicht hier? Oh, oh mein Gott, Digga. Do you like that, Debbie? Was ist das? Fuck. Hier ist mein Messer, Bruder. Ah, Idiot. Hey! Hallo. Woher du? Ich bin Deutschland und du? Ich bin Russland. Woher du aus Russland? Hier. Hi. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Soja Hoppe. Kannst du Englisch sprechen, mein Bruder? biliere Augustin aus Gelsenkirchen? Gelbkirchen. Aber ich spreche ein bisschen Deutsch. Warum? Lernt ihr in Bulgarien Deutsch? Wir kommen aus Bulgarien. Seid ihr in Bulgarien? Nein. Warum sprichst du Deutsch? Ich spreche. Ich habe gelernt. Wo? Deutschland. Warum bist du jetzt in Bulgarien? Ich bin Vakantin. Vakantin? Ja. Ich bin... Augustin, ja? Achmed. Justus. Ey, woher ist das? Krass, Alter. Bei so vielen Schwänzen... Was geht's denn sonst so, Alter? Wo kann man denn sonst noch hin, Alter? Ab nach Indien! Ich will Shahrukh ansehen! Du bist der Beste, Mann. Ich liebe dich. Was zur Hölle?! Alle voll random. Ich kenn dich! Hä? Bist du wirklich? Nein, Digge, ich werde falsch, Digge. Scheiße, Alter. Was? Wie heißt du nochmal? Wallah, sei ehrlich. Ich kenn dich. Du bist der Beste, Mann. Du lagst. Ja, Bruder. Oh-san live, gib doch einen. Oh, we saw them before? Ja. I do not like you. Was habe ich denn angetan? I do not like you. I do not like you. Germany. Achso, Deutschland, es gibt mehr. Deswegen seid ihr nicht krankenversichert. Geiles Zimmer, sag ich ehrlich. Boah! Du machst YouTube? Ja. Was machst du auf YouTube so? Was für Videos? Bisschen Klamotten auspacken und so. Ah, that's big. Ey, den hab ich sogar schon gesehen, Videos von dir. Sag ich ehrlich. Danke dir, Bruder. Ich hab ein bisschen zugenommen über die letzte Zeit, aber... Was wollen wir machen? Egal, aber du erinnerst mich ein bisschen an UFO 361. Aber ein bisschen dick. Tschüsschen geht raus. Ihr wisst Bescheid. Fake. So schlecht gefakt, oh mein Gott. Kann man so dumm faken, Alter. Ist richtig kacke, Alter. Bruder, komm ich in dein Video rein? Wenn du willst, kommst rein, Bruder. Bruder, kann ich jemanden grüßen? Komm, grüß jemanden. Bro, ich grüß... Hallo. So. So. Wie geht's, wie steht's, Digga? Was steht? Ganz gut, aber ich kann ihn lange nicht mehr sehen. Was geht bei dir so? Bro, Digga, bei mir... Kennst du das? Wenn er so blutet? Hallo. Oh, der hat auch so eine geile Wand. Oh, die ist schon krass, ne? Oh, die ist schon krass, ne? Ja, die ist richtig geil. Ich will mich selber, ich will mich selber. Hallo, ich will mich die ganze Zeit selber. Ich will mich die ganze Zeit selber. Ich will mich die ganze Zeit selber von dir angesehen. You're the best, man. So. Hi, yeah, yeah. I swear I'm a YouTuber! I swear I'm a YouTuber! It's a YouTuber! What did you do to? It was a YouTuber! Yo, respect bro! I love history too, you're from Germany! Bro, what the fuck? Kannst du das wieder machen? Kannst du leiser machen, Bruder? Der hat einfach Freispiele bekommen So, ich habe ein Ziel im Leben Und dieses Ziel heißt ab sofort Ich möchte einen chinesischen Freund Einfach aus Prinzip Und wir werden jetzt einen finden Where are you from? China Where from China? Zhejiang Ich weiß nicht Du bist in Shanghai close Ich war einmal in Shanghai Oh, du bist in Shanghai Oh, du bist in Shanghai Für YouTube Vlogging Was? Ich testete die besten Escortes Oh, oh Ja, ja Wie alt bist du? Ich bin 16, und du? 16? Ja, und du? 19 Du bist voll Tattoo mit 19? Ja, ich habe so viele Tattoo Sehr schön, was das? Ist das der... Debel? Sub ups Button Grüne Augen, Brunnen Locken Na, habe ich schon bekommen, Jungs Jungs, der war nur für euch Hallo, Hallo Hallo, Hallo How are you my brother? I'm fast Brother Let's go, brother Are there some good ladies? Not understand Nice In China? No, in Timu Oh Oh Do you want to be my friend? Ah, yeah 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 Hi baby Hallo Halt die Fre... Und damit war es das, meine sehr geehrten Freunde Wenn euch das Video gefallen hat Und wir eine weitere Folge auf Omme Mit meinen chinesischen Breaks Halt die Fre... Drehen sollen, dann lasst einen Daumen nach oben da Ich würde mich sehr darüber freuen Und damit würde ich sagen Tschüss